Ich will auch mal mit einem Dreirad fahren. Nein, das ist meins. Heute ist wieder ein schöner Tag. So richtig schönes Wetter. Oh, was ist das denn? Ein Dreirad? Wow, ein Geil, schnell weg hier. Wo willst du hin? Warte auf mich. Hä? Buh. He 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 he. Was ist denn hier los? Anscheinend nichts. Wo sind denn alle? Puh, haha, ich bin Geisterjäger. Oh, diese blöde Kette. Ich krieg dich, ey. Wo ist er hin? Der Geist ist weg, der Parkgott wieder euch. Ich will wieder spielen im Park. Ja, das war so ein schöner Tag. He 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 he.